Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 9.11.2022. Und unser DAX hat seine 200-Tage-Linie erreicht, ja, deswegen wird es Zeit für den Cowboy, den DAX hier mal ein bisschen einzufangen. Wir sind dran gewesen an der 6.35, hatten die ja auch gestern in dem Sinn noch als Ziel, wenn er sich hier weiter nach oben behaupten kann und auch über 500 und so weiter. Er hat ja alles gehalten eigentlich, das hat er schön gemacht. Gut von oben verteidigt, ist aber noch immer im Keil halt. Wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass man da ein bisschen genauer hinschauen soll, ja, gestern haben wir darüber gesprochen, dass man ein bisschen genauer hinschauen soll, dass das nicht hier noch ein bärischer Keil wird. Und es ist einer, und zwar ein richtig auffallend krasser, bei dem auch wieder das neue Hoch aufgezeichnet wird. Also würde man jetzt hier in einen kleineren Time-Frame reingehen, könnte man das halt wunderschön ziehen. Ich kann es euch aber auch so ziehen, selbst wenn die Linie nicht ganz drauf ist. Doch, die ist drauf, guckt mal. Wenn wir das ziehen hier, und wir gehen über die Tiefs, wir können auch über die anderen gehen, wir können auch von hier gehen. Das ist, seht ihr das hier, die Hochzieh kommen immer höher, kommen aber steiler hoch wie die, ne, die Tiefs, die kommen immer höher, die kommen steiler ran wie die, wie die Hochs. Die Hochs flachen so ein bisschen ab, die neuen Hochs werden nicht mehr gut vom Markt angenommen. Das ist eine bärische Verkeilung halt, ne, da muss man wirklich aufpassen. Sollte die nach unten lösen und der DAX, kann man schon sagen, unter 5,50 fallen am Mittwoch, ähm, ist so ein bisschen Akutwarnung angesagt, weil dann kann es dynamisch werden, so. Dann könnt ihr erst mal fallen, bisschen gut und gerne 3,50, 3,70, 3,80 jetzt so die Zone. Und dann muss man ja festhalten, dass dann hier eben auch wieder die andere Keilverkeilungslinie kommt. Und wenn die dann noch platzt, dann wird es ja eh ungemütlich, aber, ähm, zumindestens könnte er, wenn er, wenn er hier dran schlägt, dass man wieder ein bisschen sich erholen und dann, ja, muss man gucken, wie gut kommt er weg und kommt er nicht gut weg und nagelt sich dann hier hinten noch runter, dann wird es wieder langsam ganz schön gefährlich. Aber er muss es eben auch erst machen. Er muss eben auch erst unter die 13,50 da drunter. Und vorher muss man sich noch nicht zu viel Hoffnung machen, dass das hier gut ausgeht, weil auch eine bärische Verkeilung natürlich auf der anderen Seite aufgelöst werden kann. Das heißt, sollte unser Dachs gar keinen Bock haben, die nach unten aufzulösen und hier Verkaufssignale zu generieren und sollte einfach Bock haben, da ein paar Schwarz an die Wand zu klatschen, dann wird er folgendes machen und wird einfach oben raussteigen und durchrennen. So, das heißt, oberhalb von 13,700 wird ich dann schon damit rechnen, dass der Richtung 13,800 und auch vielleicht sogar schon gegen 14.000 dann losläuft, weil er dann letztendlich die Verkeilung verlässt. Und wenn ein bärisches Muster, äh, nach oben aufgelöst wird, ist immer Alarm an, ist wie wenn bullische Signale, äh, bullische Pattern, ähm, nach unten aufgelöst werden, sondern auch immer aufpassen, weil dann oft deutliche Dynamik kommt halt, ne. Der Markt hat sich festgerannt, denn hier sogar verschachtelten bärischen Muster, kann man ja sagen. Ja, und wenn die nach oben auflösen, dann, dann kommt es zur sogenannten Short Squeeze und dann kommen halt auch, äh, richtig dynamische Bewegung nach oben. Also da würde ich ein bisschen aufpassen, also oberhalb von 700 schon, wenn die Tiefs dann nicht mehr einfach weggeprügelt werden, bitte aufpassen, er geht nach oben gut, Platz auf und dann kann er auch mal so einen Tag einfach 300, 400, 500 Punkte durchlaufen. Das muss man hier in so einer Bewegung jetzt definitiv auf dem Schirm halten, haben, weil auch Trends wirklich gerne im DAX in Bewegungsrichtung hinten raus anfangen zu beschleunigen. Ne, die Tage, also das sind, wenn, wenn eine Trendbeschleunigung einsetzt, dann immer dann, wenn die Leute sagen, na, hier geht es jetzt auch nicht mehr lang, der ist ja jetzt schon tagelang nur gestiegen, wir haben fünf Wochenkerzen grün, der wird ja jetzt mal umdrehen, sitzen die Leute immer da und plupp, 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 dann kommt Aufwärtsgap, der rennt noch weiter, Aufwärtsgap und so weiter. Naja, also von daher einfach ein bisschen aufpassen, aber eben auch aufpassen, wenn wir unter 5,50 gehen, denn eine Verkeilung lässt immer dynamisch auf, das heißt, es kann hier gut scheppern im Kasson und der hier halt wirklich mit einem guten Satz sich dann auch ein paar Meter zurücklegen und deswegen sind eigentlich so die wichtigen Signalpunkte für den Mittwoch bei 5,50, 5,80 da unten rum und an der 700, ne, da drüber geht der Platz nach oben auf, da drunter nach unten und da sollte man sich auf jeden Fall mal ein paar Alarme hinlegen und auch genau gucken, wie reagiert der Markt, man kann es sich nicht erlauben, sich für eine Seite schon festzulegen und sagen, naja, wenn er jetzt über 700 geht, dann wird er garantiert bis 14.000 rennen, ne, wenn das neue Hoch dort wieder abverkauft wird, bleibt er hier an der Verkeilung drinnen und wird direkt dann auch runter Richtung 5,50 gespült werden halt, ne, und dann unten in die Auflösung gehen von der Verkeilung, ne, also dahingehend schon aufpassen und auch genau hingucken und im Zweifel, wenn ihr merkt, dann macht nicht das, was ihr wollt, dann macht es einfach nicht, Stecker ziehen halt, ne, nicht dann sagen, okay, ich sitze das jetzt aus und das kommt dann noch, sondern wirklich Stecker ziehen, also ich glaube, das wäre hier die nächsten Tage jetzt angebracht, denn, ähm, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung können die Muster, die wir jetzt hier sehen, wirklich bis zum Dynamik bringen halt, ne, gerne auch per Gap schon eingeleitet, ähm, das würde jetzt hier gut passen, einfach vom Pattern her, ne, egal ob unten oder oben, ne, entweder löst die Verkeilung nach unten und er platzt die Große nach oben auf, da bietet es sich auf beiden Seiten, ne, oben bietet sich die Trendbeschleunigung auch an, unten bietet sich die, äh, Lösung des Bärischen Keils an, also in dem Sinne schon Platz für Dynamik da, würde ich auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, nur eben nicht zu gierig werden, bitte, ne, nicht, dass ihr auch denkt, ihr könnt jetzt hier 2000 Punkte laufen lassen mit einem Stop-Loss von 20 Punkten oder sowas, das endet in der Regel auch nicht gut, einfach paar Punkte mitnehmen, sich freuen, nochmal einsteigen, noch ein paar Punkte mitnehmen, sich freuen, gut, ja, so, ich wünsche euch was, gutes Gelingen, wir haben uns morgen wieder, bis dahin, tschüss.